Ja, wir sind hier im Heinrich-Lübke-Haus und das Heinrich-Lübke-Haus oder die HVHS, Heinrich-Lübke und das Bildungswerk Bürger in Gesellschaft und Staat sind seit 2019 BNE zertifiziert, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, wir versuchen Menschen dazu zu bewegen, Maßnahmen zu ergreifen, Entscheidungen zu treffen, die für sie heute, aber auch in Zukunft Folgen haben oder Auswirkungen haben und wir versuchen Menschen dazu zu bringen, nachhaltiger zu leben. In der fünften Folge von Gönn dir Günne spreche ich mit Beatrix-Peter vom Heinrich-Lübke-Haus. Es geht um das Engagement der Sozialpädagogin beim Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE genannt, und die BNE-Zertifizierung des Bildungshauses. Das Heinrich-Lübke-Haus hoch über dem Möhnesee bietet nicht nur ein umfangreiches Bildungsangebot rund um das Thema Nachhaltigkeit, es ist auch durch den Güte-Siegel-Verbund NRW BNE zertifiziert. Er erfahrt in diesem Podcast, welche wichtige Bedeutung BNE für die Erwachsenen und Weiterbildung hat und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Zertifizierungsprozess aufgenommen haben. Außerdem lerne ich, was man sonst noch über eine BNE-Zertifizierung wissen sollte. Ich bin Holger Bernhard und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Beatrix-Peter. Ich arbeite seit 22 Jahren hier im Heinrich-Lübke-Haus und habe vor 22 Jahren angefangen mit dem Fachbereich Umwelt, Natur, Ökologie, Nachhaltigkeit. Und das Haus selbst beschäftigt sich mit diesen Umwelt- und nachhaltigen Themen eigentlich schon seit dem Start. Ich habe den Bereich nur übernommen, in Anführungsstrichen nur, und weiter ausgebaut. Und dem Haus ist eigentlich von Beginn an Nachhaltigkeit und Umwelt wichtig gewesen. Guten Tag, Frau Peter. Guten Tag. Wir sind hier im Forum des Heinrich-Lübke-Hauses und da hat gestern die Fachtagung zum Thema natürlich nachhaltig BNE-Konzepte gestern, heute und morgen stattgefunden. Wie war es denn? Ja, diese Fachtagung haben wir im Rahmen unseres 50-jährigen Jubiläums gemacht. 50 Jahre Heinrich-Lübke-Haus heißt auch 50 Jahre Umweltbildung im Heinrich-Lübke-Haus und dann eben mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Und wir haben etwa 30 Teilnehmer gehabt und es war sehr gut gewesen, sehr positiv. Es gab einen spannenden, interessanten Austausch. Das, was die Teilnehmer sich gewünscht haben, mehr neuen Input, Austausch, miteinander vernetzen, das hat auch stattgefunden. Und das hat sich dann auch anschließend in den abschließenden Fragen nochmal bestätigt, dass wir den Nerv der Teilnehmer getroffen haben. Es waren ja auch Workshops am Nachmittag. Erzählen Sie mal ein bisschen davon. Ja gut, ein Workshop, da ging es um die Nachhaltigkeitsziele. Das war eine Bi-Parcours-App. Dort geht man dann halt rund mit Tablet und unterwegs an bestimmten Stellen werden Ziele, die eben zu diesen Stellen passen, zum Beispiel Leben unter Wasser am Möhnesee, bearbeitet und darüber diskutiert. Man kommt in Austausch miteinander. Das ist wohl sehr gut angekommen, auch so eine Rückmeldung zu erleben. Und der andere Workshop, den habe ich gemacht. Da ging es um Implementierung von BNE im Bildungsprogramm anhand praktischer Beispiele. Und da hatte ich ein Seminar vorgestellt, am Beispiel bittersüße Schokolade, wo so Nachhaltigkeitsthemen wie nachhaltiger Konsum, faire Arbeitsbedingungen, also diese Ziele halt auch angesprochen werden. Und ich habe natürlich auch noch vorgestellt, welche anderen Seminare wir hier haben. Auch das ist sehr gut bei den Teilnehmern angekommen. Und was war der Programmpunkt LITZ? LITZ, das war der Besuch im Landschaftsinformationszentrum Wasser und Wald. Da waren sehr wenig Anmeldungen. Das wurde in diese Bi-Parcours-App mit integriert. Das LITZ Landschaftsinformationszentrum Wasser und Wald, einer unserer engen Kooperationspartner in BNE, ist auch eine Umweltbildungseinrichtung und BNE-Regionalzentrum. Und dort geht es um die Schwerpunkte Naturschutzgebiete hier am Möhnesee, Wasser und Wald im Hinblick auf Nachhaltigkeitsziele und auf Nachhaltigkeit. Was versteht man denn unter Bildung für nachhaltige Entwicklung? Bildung für nachhaltige Entwicklung, das ist eine Bildung, die Menschen dazu befähigt, Entscheidungen zu treffen, die sowohl jetzt alle Menschen berücksichtigt, ob lokal oder global, als auch die Bedürfnisse der nachfolgenden Generationen berücksichtigt. Das heißt, die Menschen sollen halt lernen, Entscheidungen zu treffen, die Welt so zu gestalten oder umzugestalten, können, dass jetzige Generationen und auch nachfolgende Generationen lokal und lokal die Möglichkeit haben, ihr Leben zu gestalten. Ob es Mobilität ist, ob es Energie ist, ob es der Konsum ist, aber auch natürlich Naturthemen spielen eine Rolle. Also es ist ein ganz breit gefasstes Feld, was man damit bearbeiten kann. Und Ziel ist die große Transformation, das heißt also eine Umwandlung halt der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik, sodass halt alle nachhaltig leben und das auf der ganzen Welt. Welche konkreten BNE-Projekte werden im Heinrich-Lübcker-Haus umgesetzt? Ja, wir haben den Schwerpunkt in der Bildungsarbeit. Ich biete etwa 28 Seminare unter BNE an und das sind eben Seminare von Natur erfahren, natürlich Wald und Klima bis hin zu nachhaltigem Konsum. Alles, was dazwischen ist, das ist so unser Hauptschwerpunkt. Wir versuchen aber auch immer auch zum Beispiel in den Ferien so einzelne Nachhaltigkeitsprojekte anzugehen. Wir haben zum Beispiel einmal in einer Ferien- und Sommerfreizeit mit Erwachsenen und Kindern, also mit den Familien ein Hochbeet angelegt oder in einem Familienkurs eine Kräuterspirale, um eben auch so lokal, was wächst hier, was können wir hier verwenden und was können wir auch für die Küche verwenden, halt deutlich zu machen. Gibt es auch für die Familienvolkshochschule Angebote, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann die Nachhaltigkeit im Alltag spüren? Wir haben auch diverse Angebote in der Familienbildung, das sind so zwei Naturangebote, wo das halt möglich ist. Insgesamt versuchen wir bei den Gästen selbst auch so ein Bewusstsein zu entwickeln durch Kleinigkeiten, indem wir Schilder in Seminarräumen auch aufhängen, Licht aus, Heizung aus oder auch in den Zimmern. Die Bitte ist, dass Heizung runtergedreht wird, Fenster geschlossen wird, wenn sie das Zimmer verlassen, dass zum Beispiel im Sanitärbereich Handtücher nicht jeden Tag gewechselt werden müssen. Es sind viele Kleinigkeiten, mit denen wir unsere Gäste halt auch darauf aufmerksam machen wollen und natürlich auch im Bereich der Familien oder im Speisesaal. Also ein großer Punkt ist zum Beispiel auch Lebensmittelverschwendung, dass wir beim Buffet dann halt auch immer sagen, auf den Tischen so Karten stehen, ich glaube, wir haben sie auch noch da stehen, esst so viel, wie ihr esst. Also ihr dürft euch satt essen, aber denkt daran, nehmt nicht mehr, als ihr essen könnt, damit wir Lebensmittelverschwendung vermeiden. Auch das sind so Nachhaltigkeitsaspekte hier im Haus, so kleine Schritte, die wir versuchen, den Gästen auch deutlich zu machen. Welche Zielgruppen werden durch die BNE-Programme hier im Heinrich-Lübker-Haus angesprochen? Hier im Heinrich-Lübker-Haus schwerpunktmäßig Erwachsenen. Ich bin in der Erwachsenenbildung tätig. Allerdings auch in den Familienseminaren habe ich immer mal wieder so BNE-Elemente, die ich rüberbringe. Also wenn wir eine Wanderung machen, kommt leider keiner meiner Gäste daran vorbei, sich zwischendurch, oh, hier sind ja viele Bäume weg. Ja, dann müssen sie sich leider, nein, nicht leider, sondern aber auch netterweise dann Informationen, weshalb sind die Bäume hier verschwunden und was hat das mit Klimawandel auch zu tun, welche Folgen hat das für uns? Das kommt dann im Gespräch bei der weiteren Wanderung halt schon zum Tragen. Das erläutere ich auch schon. Insofern auch Familien. Grundsätzlich ist BNE für alle Altersgruppen, eigentlich für alle Menschen halt wichtig und auch offen. Und es sollen auch alle Menschen dadurch angesprochen werden, egal welchen Alters. Wir machen es hier teilweise in den Familienkursen, schwerpunktmäßig in der Erwachsenenbildung, aber in den Familienfreizeiten kommt es auch immer wieder zum Tragen. Aber es ist ja einfacher, die Kinder und Jugendliche anzusprechen, als die Erwachsenen. Also bei Kindern und Jugendlichen, vor allen Dingen bei Kindern, wird sehr, sehr viel in den Grundschulen gemacht und auch in den Kindertagesstätten. Das Litz zum Beispiel hat eine enge Kooperation halt mit diversen Schulen hier, wo die Kinder schon darauf aufmerksam gemacht werden. Und es ist schön, wenn wir hier durch den Wald gehen und die Kinder sehen Abfall im Wald. Oh, da hat mir aber jemand was weggeschmissen und sie wollen es dann aufheben. Also das ist immer ganz toll. Ja, bei Kindern ist es noch leichter. Sie sind noch zugänglicher. Bei Jugendlichen ist es schon schwieriger. Sie sind oft in einem Dilemma in ihrer Peergroup. Es ist ja uncool, auf etwas zu verzichten oder etwas anders zu machen. Aber auch sie sind ansprechbar. Das haben wir gemerkt bei Fridays for Future mit den ganzen Demos, die von den Jugendlichen organisiert werden, was ich toll finde. Bei Erwachsenen ist es halt schwieriger. Sie haben so ihren Lebensstil und ich sage so, nachhaltig leben heißt auch Verzicht und das ist nicht so gerne gehört. Man hat sich was erarbeitet oder bei Thema Energie kommt dann auch gerne, wir können doch jetzt nicht alle wieder mit der Postkutsche fahren oder auf Strom. Sie wollen ja auch, dass ihr Kühlschrank funktioniert. Es geht nicht darum, entweder ob, sondern wie kann man Kompromisse schaffen und was brauchen wir wirklich zum Leben? Worauf können wir auch verzichten? Und das versuche ich halt auch in Seminaren rüberzubringen. Oder was kann ich selber auch tun, nicht nur ich selber für mich, sondern wie kann ich halt auch meine Umgebung, also meinen Verein oder halt die Kirchengemeinde, in der ich tätig bin, ja in meinem Berufsleben, in meinem Büro, wie können wir da so nachhaltige Aspekte mit einbauen? Ein gutes Beispiel ist doch der Hundekotbeutel, der im Ast hängt, oder? Ich finde Hundekotbeutel grundsätzlich gut, aber sie sollten bitte nicht im Ast hängen. Man muss sich bewusst machen, auch kompostierbare Beutel brauchen zig Jahre, bis sie überhaupt verrottet sind. Deswegen gehören sie auch nicht in die Biotonne. Normales Plastik, also bis zu 400 Jahre. Und Hundekotbeutel gehören in den Restmüll. Es gibt überall, auch hier im Wald oder zumindest hier am Möhnesee, auch bei uns auf dem Gelände, genug Papierkörbe, wo man den Hundekotbeutel reintun kann. Es ist nicht nachhaltig, ihn dann an den nächsten Ast aufzuhängen. Das ist einfach nicht gut für die Natur und auch nicht gut für die Menschen, die dran vorbeigehen müssen. Die Natur spielt ja bei den BNE-Aktivitäten eine ganz wichtige Rolle. Das stimmt schon. Also es ist schwerpunktmäßig schon Umweltbildung, aber BNE geht weit darüber hinaus. Die Natur spielt natürlich eine Rolle, aber dann auch so, welche Folgen hat so unser Lebensstil eigentlich auch auf die Natur? Wenn ich Kräuterwanderungen mache zum Beispiel, ist auch immer Thema, was bedeutet es, wenn bestimmte Pflanzen aussterben? Erstmal hier lokal bei uns, wenn wir keine Blühpflanzen mehr haben, was bedeutet das zum Beispiel auch für unsere Ernährung? Und das ist dann nicht mehr nur Natur, weil 70 Prozent unserer Ernährung beruht auf Pflanzenbestäubung, auf Insektenbestäubung. Wenn ich keine Blühpflanzen mehr habe, haben wir weniger Insekten. Aber global dann auch zu denken, was bedeutet es, wenn Pflanzen aus den Regenwäldern verschwinden? Denn das sind oft Pflanzen, die für unsere Pharmazie sehr, sehr wichtig sind. Und wenn sie nicht mehr da sind, gibt es bestimmte Medikamente einfach nicht mehr. Und diese Zusammenhänge klar zu machen, das ist BNE. Es ist nicht nur Natur und Bildung. Es spielt eine große Rolle, aber es geht weit darüber hinaus. Welche Pflanzen kommen aus dem Wald, die für die Pharmaindustrie verwendet werden? Ein Beispiel ist zum Beispiel der rote Fingerhut, Digitalis, wobei die Pharmaindustrie das natürlich unter Laborbedingungen aufbaut. Aber im Fingerhut ist Digitalis. Beinwell, viele kennen die Küttersalbe, die gut für die Venen ist. Da ist der Hauptbestandteil Beinwell. Das sind so Pflanzen, die hier bei uns wachsen, die für die Pharmaindustrie auch bedeutend sind. Und es gibt natürlich jede Menge Heilkräuter, die man auch in der Hausapotheke verwenden kann. Wie werden die BNE-Projekte hier im Heinrich-Lübcker-Haus finanziert und unterstützt? Das ist ein großes Problem. Wir haben natürlich, die Bildungsseminare werden über das Weiterbildungsgesetz NRW mit gefördert. Das ist auch ganz gut so. Dadurch können wir Seminare zu erträglichen Preisen anbieten. Das wäre sonst nicht möglich. Das andere, wir würden, BNE heißt ja nicht nur die Seminare Bildungsarbeit, sondern heißt ja auch die Infrastruktur des Hauses, die Organisation. Infrastruktur des Hauses, da haben wir einige Punkte, die wir gerne umsetzen würden. Das geht von Ladesäulen für E-Autos bis hin zu erneuerbarer Energie, Photovoltaik auf dem Dach. Das sind aber Dinge, die wir finanziell alleine nicht stemmen können. Und da hätten wir den Wunsch, haben wir auch gestern geäußert, an die Politik, dass solche Häuser, die in diesem Rahmen arbeiten, auch finanzielle Unterstützung bekommen, um solche Projekte halt auch umzusetzen. Wir können es als Haus, wir tragen uns ja selbst finanziell, alleine nicht stemmen. Da bräuchten wir wirklich mehr Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung durch die Politik. Und die Politik war ja zugegen gestern bei der Fachtagung. Hat Frau Blom was mitgenommen ins Ministerium? Unseren Wunsch nach mehr finanzieller Unterstützung für solche Einrichtungen, vor allen Dingen was die Infrastruktur angeht. Welche Herausforderungen begegnen Ihnen bei der Umsetzung von BNE hier im täglichen Arbeitsablauf? Ja, das BNE ist halt auch so eine kleinschrittige, mühsame Arbeit. Wir sind BNE zertifiziert. Es ist schon toll, dass meine Kollegen im pädagogischen Bereich mittlerweile auch in der Thematik drin sind. Wir möchten das gerne nochmal ausweiten auf das ganze Haus. Bis jetzt sind ja nur die Bildungswerke bei uns BNE zertifiziert. Aber das erfordert viel, viel Arbeit, ein Bewusstsein bei den Mitarbeitern zu erlangen. Es ist viel, viel Bohrerei, immer viel, ja, viel Input halt geben, aber nicht sagen, wir müssen das jetzt machen, sondern ideal ist, wenn die Mitarbeiter selbst darauf kommen. Und insofern war gestern die Fachtagung auch nochmal ein kleiner Schritt weiter, dass unsere Küchenchefin, wir hatten den Wunsch, dass wir gestern regional saisonale vegetarische Verpflegungen machen, schwerpunktmäßig. Vorher war das immer etwas, ja, und es gab immer schon vegetarische Verpflegung hier im Haus, also auch auf dem Buffet. Aber jetzt hat unsere Küchenchefin gesagt, sie fände das toll, wenn wir so einen Tag in der Woche das machen. Mein Wunsch ist das schon lange, aber jetzt hat sie es für sich. Sie fand das gestern toll und hat es für sich jetzt so wahrgenommen und hat gesagt, doch, das ist eigentlich eine gute Idee. Und die Menschen dazu hinzubringen, dass sie das als ihre eigene Idee empfinden oder von sich aus machen wollen. Das ist mühsame Arbeit und das geht nur immer mit, wenn man es versucht vorzuleben, wenn man immer wieder darauf hinweist. Ich sage ein Beispiel hier so, unsere Wiesen halt auch zu nähen. Ich bin froh, dass wir einen Teil haben, den wir abgrenzen durften für eine Wildblumenwiese. Aber da ist immer die Spannung, es soll ordentlich aussehen bei den Hausmeistern und ja, und meinem Wunsch, wir hätten gerne mehr Wildnis. Und das erfordert sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit. Aber in kleinen Schritten merke ich da, seitdem wir zertifiziert sind, auch ein Umdenken bei unseren Mitarbeitern, die nicht in der pädagogischen Arbeit sind. Und das finde ich toll. Mir persönlich könnte manches schneller gehen, aber ich finde auch, man muss die Leute mitnehmen und das ist halt eine große Herausforderung. Können Erfolge der BNE-Programme hier im Haus überhaupt gemessen oder bewertet werden? Gut bewerten können wir die Bildungsprogramme. Wir sehen, die Angebote, die unter BNE laufen, werden angenommen. Sie finden auch fast, nein, eigentlich finden sie alle statt. Wir haben auch viele, die dann auch wiederkommen und bewusst diese Seminare auch buchen und dann sagen, ich will noch mehr lernen. Ich finde das auch schön. Ich kriege dann immer Rückmeldung. Ich habe das, was wir da erarbeitet haben, zu Hause versucht und umgesetzt oder ich mache das jetzt. Und das finde ich dann schon toll. Wir machen natürlich Seminarevaluation, Statistik bei den Seminaren und sagen, es kommt aber nicht nur auf die Zahlen an, sondern auch auf die Qualität. Die zeigt sich dadurch, dass viele weitere Seminare buchen in dem Bereich. Ich erreiche auch viele neue Teilnehmer. Das können wir halt durch Evaluation, durch Statistik halt auch nachvollziehen, welche Erfolge wir damit haben. Schwieriger ist es halt im Bereich der Infrastruktur. Wie gesagt, da gehen wir eher kleinschrittig voran. Wir haben natürlich eine BNE-Strategie, wo wir uns Ziele setzen und wir müssen bei jeder Rezertifizierung nachweisen, welche Ziele haben wir erreicht, welche haben wir noch nicht erreicht. Und das sind dann eben kleine Schritte, die wir da auch gehen. Und mit dem Management Review bei der Rezertifizierung müssen wir immer wieder aufzeigen, welche Erfolge wir haben. Und da geht es auch voran. Das merken wir auch. Gibt es gedeihliche Partnerschaften oder Kooperationen im Rahmen der BNE-Initiativen? Ja, eine intensive Partnerschaft, die existierte aber auch schon vorher, ist mit dem Landschaftsinformationszentrum Wasser und Wald. Dort gibt es einen intensiven Referentenaustausch. Ich kann auf die Referentin aus dem Litz zurückgreifen. Sie greifen auf mich fürs Litz auch zurück. Aber was wir halt auch machen, wir schauen einfach, welche Seminare unter BNE laufen bei uns und welche Angebote des Litz können wir darin integrieren und umgekehrt. Also es ist schon eine enge Kooperation auch bei dem Gedankenaustausch. Was können wir Neues anbieten? Da kommt halt im Gespräch, kommen dann auch immer mal wieder neue Ideen. Ich arbeite weiter punktuell mit dem BUND in Soos zusammen oder halt auch die Natur- und Umweltakademie. Da hatte ich mit der Vorgängerin oder mit einer Mitarbeiterin, die jetzt in den Ruhestand gegangen ist, mit der Frau Dr. Hain, haben wir hier zum Beispiel Zertifikatslehrgänge gemacht zum Thema zertifizierte Natur- und Landschaftsführer. Also da sind auch Verbindungen. Natürlich können wir die Verbindung oder Kooperation noch weiter ausbauen. und da wäre jetzt mal so die Überlegung, ob man mit den Volkshochschulen, die ja verpflichtet sind, seitdem BNE auch im Weiterbildungsgesetz verankert ist, auch BNE-Angebote zu machen. Da wäre auch eine Überlegung, vielleicht mal mit denen noch mal mehr zu kooperieren und da zu schauen, was da auch noch möglich ist. Können interessierte Einzelpersonen oder Gruppen am BNE-Programm teilnehmen? Ja, natürlich. Unsere Teilnehmer an den Seminaren sind alles Einzelpersonen. Das Programm ist ausgeschrieben, da kann jeder daran teilnehmen. Wenn Gruppen hier hinkommen, das haben wir auch schon gehabt, seitdem wir zertifiziert sind, die auch fragen, so wir hätten gerne das und das Thema. Wir würden gerne was zum Thema Klimawandel machen. Dann stehen wir gerne beratend zur Verfügung oder eben auch mit Referententätigkeit zur Verfügung. Wenn das angefragt wird, wir wurden auch schon von anderen Häusern, die eine Tagung gemacht haben, angefragt, ihr seid doch zertifiziert, könnt ihr uns über eure Erfahrungen berichten? Also es ist offen für alle. Einzelpersonengruppen, wenn das angefragt wird von Gruppen, machen wir das Thema, selbstverständlich. Frau Peter, wir sind am Ende unseres sehr interessanten Gespräches. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für Ihre Worte und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss und vielen Dank und auch Ihnen einen schönen Tag. Gönnen Sie sich mehr. Mehr Infos zum Heinrich-Lübcke-Haus Die Karte. Tschüss. Musik. Vielen Dank.